Ich weiß nicht, ich habe mir das auch anders vorgestellt. Ich dachte, das wird cool, Frauenpower und Glamour. Doch jetzt gibt es nur Stress und Streit mit Katrin. Jeden Tag, klagte Emily Moritz in der Serie, gute Zeiten, schlechte Zeiten, kürzlich und weiter. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das noch aushalte. Klar, wir drei sind total verschieden. Katrin, Laura und ich. Es muss auch mal knallen. Aber für Katrin ist alles eine... Doch werden die beiden ihre Zusammenarbeit nach dem Fair Fashion Runway, der in wenigen Tagen stattfinden wird, beenden? Katrin legte ihre Meinung zum Status Quo gegenüber Maren sehr deutlich dar. Ich hatte am Anfang ein ganz gutes Gefühl, besonders bei Emily. Aber diese internen Machtkämpfe kosten einfach zu viel. Wieder einmal musste ihre beste Freundin Katrin den Kopf waschen. Ich denke, dass du diejenige bist, die das ändern könnte. Du musst Kontrolle abgeben und Kompromissbereitschaft eingehen, indem du Emily vertraust und sie einfach machen lässt. Rede mit ihr und hole sie ins Boot, und vor allem hör auf. Sie wie eine Angestellte, allerdings bewertete Katrin die Situation komplett anders. Ich bin nicht so weit gekommen, weil ich mich blind auf andere verlassen habe. Ich bin einfach kein Teamplayer. Sie ist fest entschlossen, ihre Partnerinnen loszuwerden. Ich zahle Laura und dich aus. Ihr bekommt jeden Cent zurück und eine Abfindung obendrauf, schlug sie Emily vor. Demnächst wird das Trennungsthema in der Serie wieder akut. Wie wir euch bereits berichtet haben, rettet Emily Katrin davor, in die Alkoholsucht zurückzufallen. Katrin ist dankbar und überlegt, ob es nicht doch besser wäre, Frieden zu schließen. Doch dann macht Emily eine fatale Entdeckung. Zufällig stößt Emily, die sich Katrins E-Mail-Passwort besorgt hat, auf eine Mail von Gerner an Katrin, die von der Auflösung der Agentur handelt. Wie versprochen hier ein vertragliches Ausstiegsszenario für deine Partnerinnen. Bei der Ablösesumme habe ich mich an deine Zahlen gehalten, finde allerdings immer noch, du wirfst ihnen zu viel Geld. Und offensichtlich hat Gerner vor, mit unsauberen Mitteln zu arbeiten, wie der weitere Verlauf des Textes deutlich macht. Sollte Frau Wiedmann dein Angebot nicht akzeptieren, gibt es noch andere Mittel und Wege, sich von ihr zu trennen. Emily ist schockiert über diese offene Skrupellosigkeit von Katrin und Gerner. In ihrer Wut macht sie Katrin eine heftige Ansage. Tu uns allen einen Gefallen und sauf dich erst ins Koma, wenn der Runway vorbei ist. Sollte Frau Wiedmann dein Angebot nicht akzeptieren, wenn der Runway vorbei ist. Sollte Frau Wiedmann dein Angebot nicht akzeptieren, wenn der Runway vorbei ist. Sollte Frau Wiedmann dein настолько groß ist. Vielen Dank.